Heyo Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Need for Speed. Ja, wir sind heute mit unserem wunderschönen Supra 4 Manus Bunker. Würden wir reinfahren? Ja, ich habe bemerkt, bei den Reifen. Wir haben hier gezogen den Need for Speed Sticker, also Reifenaufkleber, nur an den Vorderreifen. Ihr müsst es mir nicht in die Kommentare schreiben. Ihr müsst es nicht. Ich habe es selbst gesehen. Ich habe es gecheckt. Danke. Ich finde es immer so schön, dass, wenn man die Folge Need for Speed hochlädt, alle Leute sofort auf sämtlichen Social Media Plattformen schreiben, Hey Rayo, du hast das nicht gemacht und du hast das nicht gemacht. Warum hast du das denn so gemacht und du hast es so nicht... Ich habe es selbst gemerkt, Leute. Nicht in die Kommentare schreiben, einfach selbst denken, nicht ärgern, nur wundern. So, wir fahren in den Manus Bunker. So. Darf ich rein? Danke. Gucken, was dieser Bunker wohl so mit sich bringt. Ach, Spike, hey. Alter, sieht ihr das aus? Du hast viel zu lernen, junger Grosse-Punk. Wie hast du mich bemerkt, Mann? Ich dachte, du meditierst... Das war Visualisierung. Meditation hilft dir, präsenter zu sein, Spikey. Und nicht total abzutriften. Du machst das bestimmt oft im Auto, da bin ich sicher. Ja, genau. Was soll das heißen, hm? Man setzt sich nicht auf eine Matte und wird präsent, wenn es losgeht, Mann. Nein? Nein, man ist aufgekratzt. Zieht sich Musik rein oder so. Aufgekratzt, okay. Nimm das mal. Okay, du bist schon halb da. Du kennst doch keinen Blog, oder? Schon wieder keinen Blog, Mann. Unfassbarer Typ. Der macht echt krasse Videos. Gymkhana-Videos. Haben über 100 Millionen Hits. Das ist fast wie ein Actionfilm, außer dass es echt ist, verstehst du? Hier, du kennst das bestimmt schon. Aber er hat immer was Neues. Ich schick dir den Link. Nimm es als Inspiration. Dann trennen wir die Männer von den Jungs. Ja, komm. Fester Handgriff, Mann. Putzi. Alles klar. Der macht echt gute Videos. Ich dachte schon, er redet von mir. Oh, nee. Nicht eingebildet sein Rian Pui. So. Wo müssen wir denn hin? Mann, ich dachte, wir kriegen jetzt gleich ein Rennen von dir. Anscheinend ja nicht. Oh. Ohne Stützräder. Geil. Was ist das hier? Profil ansehen. Ah, nee, 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 nee. Brauche ich nicht. Nein, die Rennen sind wir schon gefahren. Wo geht es denn weiter? Wir könnten hier runterfahren zu Amys Wohnwagen. Oder wir fahren hier zu Spike. Oder wo ist ein Menno? Oder wo ist Amy? Amy wäre auch geil. Ich will neue Teile freischalten. Mann. Amy. Amy wäre hier oben. Gleich neben der Garage. Nee. Nee, 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 nee. Und wo ist ein Menno eigentlich? Darf ich mich mal interessieren an Menno? Aber wo... Was ist mit... Okay, Menno haben wir gerade gar keinen Auftrag. Okay, dann würde ich sagen... Gibt es die Möglichkeit, wir ballern runter zu Robin? Oder... Wir fahren nochmal hoch zur Garage. Nee, komm, wir ballern nochmal runter zu Robin. Obwohl... Nee, komm, wir fahren zu Spike. Wir fahren zu Spike. Enttäuschung auf, wir fahren. Wir... ...zereportieren uns nicht, wir fahren. Ich hab Bock, den Supra mal richtig aufzufahren. Wenn du mir jetzt in die Karre reingefahren wirst, ne? Ich hätte dich so gehasst. Und danach können wir mal zu Robin in ihrem Wohnwagen. Mal gucken, was da so hart ist. Zuerst will ich erstmal ein Rennen fahren. Ich will die tausend Videosequenzen hintereinander haben. Ich will auch mal ein paar richtig geilen Kurven. So. Ich hab mich auch ein bisschen mal über das Spiel informiert. Rein... Äh... Aber... Rein theoretisch gesehen, ist das hier eine echte Stadt, oder? Also hab ich ein bisschen gelesen in so diversen Magazinen, deren Titel ich hier nicht nenne. Wer steht Werbung und so, ne? Bis. Ähm... Hab ich gelesen, das ist zwar trotzdem eine fiktive Stadt, in der wir uns hier quasi bewegen. Also Ventura Bay ist keine reale Stadt. Also es gibt diese Stadt nicht in Würdigkeit, aber es soll dann eine Stadt angelehnt sein. Ich kenn die Stadt nicht wieder. Also wenn ihr das auf jeden Fall wisst, ähm... Welche Stadt wir uns hier gerade bewegen, oder ob ihr sagt, welche Stadt hier quasi das Vorwürf für Ventura Bay war. Ab in die Kommission. Gut mich interessieren. Interessiert sowieso die Hintergrundgeschichte in diesem Spiel mega. Ich weiß, sie hat keine mega aufwendige Story und... Menuh, ich wollte gerade erzählen. Na bitte. Hey, pass auf. Den Kopf sitzt irgendwas quer. Du solltest auch nach Eldray kommen. Da oben können wir ungestört driften. Alles klar. Bis später. Tolle Anspielung. Den Kopf sitzt irgendwas quer. Gehen wir driften. Hahaha. Ah, schön. Hätt' ich schön. Ah. Der Supra fährt sich mega. Hab ich das schon mal erwähnt? Der Supra fährt sich so flüssig. Du kommst um jede Kurve. Leicht die Handbremse andibbeln und es passt schon. Du kommst um die Kurve. Keine Kurve ist mein Hindernis. Du brauchst nicht mal vom Gaspedal runtergehen. Das ist so smooth. Okay, du kratzt manchmal an der Leitplanke, aber... Das bessert die Amy schon wieder aus für uns. Oder nicht? Ich hoffe doch. Ah, schön. Ich mag mich super. Und wenn man auch jetzt echt bedenkt, dass das nicht nur technisch und fahrtechnisch mega die geile Kiste ist, es ist auch noch ikonisch. Richtig heftig. Was hast du hier? Zeit fahren. Nee, hab ich keine Lust. Haben wir schon. Es ist einfach so eine... Okay. Ja, Baller mitten in dem Fuss. Okay. Ja, ja, ist okay. Ja, setz mich. Spawn mich direkt vor dem Teil. Danke dir. Äh, was ich sagen wollte, ähm... Boah, ich... Es ist auch noch ikonisch so mega geil, der Supra. In so vielen Rennspielen vorher war der Supra so die Megakarre. Und auch in Filmen, wie Fast and the Furious oder dem neueren Need for Speed. Also du meinst den Need for Speed Film. Ähm, kam mir auch ein Supra vor. Und beispielsweise in Fast and the Furious die ersten Teile. Ähm, wo... Ich glaub, das war das 10 Sekunden Auto aus dem ersten Film, glaub ich, oder? War das... Das war doch ein Supra, nur weit ich weiß, oder? Oder vertuhe ich mich da gerade? Nee, ich glaub, das war ein Supra. Das Skyline wurde ja, glaub ich, erst im zweiten Film präsenter. Ja, im zweiten Film gab's schon Skyline. Als... Geilstes Auto ever. Das... Ja, ich glaub, das 10 Sekunden Auto im ersten Film war ein Supra. Verbessert mich da gerne, wenn ich da falsch liege, aber ich bild mir gerade ein, dass das ein Supra war. Ja, ist klar, ja, okay. Die Kurve kommt ohne Warte. So, Spike. Ich bin da. Zeit fahren. Alles klar, kriegen wir einen Warten, super. Easy. Das einzige, was ich immer noch schade finde. Warum repariert sich die Karre nicht, wenn man ein neues Event beginnt. Warum? Warum? Ich will keine zerstörte Karre. Ich weiß, ich bin nicht der beste Fahrer, aber... Mann! Man könnte das auf wenigstens in Einstellungen einstellen können, sodass man wenigstens... ...für sich selbst eine saubere Karre hat. Ich meine, es kann ja fahrtechnisch ein bisschen schlechter werden mit der Zeit. Aber ich will ja meine Optik nicht verschlechtern. Das ist doch... Nein! Okay, man muss den Drift sehr früh ansetzen. Da soll ich auch mal ein bisschen mal unten auf die Karte achten. Und nicht nur komplett auf die Karte, auf die Straße selbst fixiert sein. Durch was mal unten auf die Karte lunsen. Vielleicht vor einer Haarnadelkurve, vielleicht auch noch ein bisschen hoch auf Gas gehen. Ja! Warum bin ich da wieder hängen geblieben? Okay. Wir beachten es einfach mal nicht, dass wir gerade einen guten Crash hatten und einen dreifachen Überschlag. Das blenden wir mal gekonnt aus. Das ist der Zwinnei gerade. Das finde ich sozial. Das sieht doch ganz aus, der Runde. Ah, vom Gas gehen vor der Kurve. Das ist auch eine Taktik. Funktioniert manchmal. Mit dem Auto hier? Oh, schön. Ich sehe Drift. Zieh mal rein hier. Kann man wieder weggehen vor mir? Hallo? Er will nicht quer. Er will nicht quer. Ja, er hat so viel auf die Krippe ausgelegt. Ich glaube, es sind auch die Reifen. Er will nicht quer. Was? Die Sonne geht auf. Was? Hä? Wovon geht die Sonne auf? Ähm. Ich dachte, das komplette Spiel spielt in der Nacht. Es gibt auch Tag? Was? Ich bin gerade ein bisschen baff. Wann gibt es Tag in dem Spiel? Ich kenne nur Bilder, die nachts stattfinden. Hä? Das irritiert mich gerade ein bisschen. Okay. Dann gibt es eben auch... Da gibt es eben auch Tag. Also, ja. Spike, ja? Es geht los, Mann. Schwing deinen Hintern rüber. Peace. Okay. Okay. Komm in die Top 3 von Spike. Ähm. Wo sind wir denn gerade? Aha. Wir sind gerade neben dir, Spike. Okay. Ja gut. Das bittet sich an eigentlich, ne? Das wäre ja schon dumm, wenn wir das nicht mitnehmen, ne? Aber kurz jetzt wollen wir uns den Donut hier. So. Okay. Ich gebe mir jetzt mal Spike hier. Und den Donut nehmen wir noch mit, wenn der gerade neben uns ist. Äh, wo ist denn der Donut? Ähm. Okay, ein bisschen weiter vorne ist, ne? Okay, dann gucken wir mal, ob wir den Donut noch finden von uns. Und dann wollen wir mal hoch zu Spike. Und gucken wir mal, ob wir das Rennen gegen ihn bestehen, aber ich denke mal schon. Was hat Spike aus bitte den Gegensatz mit dem komischen BMW? BMW? Ne, geht gar nicht. Ich bin mit dem schönen Japaner hier. Das ist doch viel stylischer. Ist schön, so. In den Donut komme ich auch nicht ran, Mann. Vielleicht darf ich den Abbiegen? Ne, da komme ich nicht hoch. Wie den Donut haben, verdammt. Ich muss ja irgendwo... Nein, ich fahre doch nicht mal zu schnell. Darf man hier nicht 120 durch die Hotschaft fahren? Mann, jetzt kann ich den Donut mitnehmen. Nein, ich will den Wagen nicht stoppen. Pfui. Ähm, Geldstrafe zahlen. Wie viel... Was haben wir denn eigentlich für einen Auftrag beim Outlaw? 2500 Geldstrafe. Okay. Hietet sich an. Komm mal bitte mit. Wir machen eine kleine Spritze. Ich brauche nur 2500, da bin ich auch sofort wieder weg. Keine Säule. Guckst du mal wieder? Hallo. Hey! Baller mir nicht in die Karre, nur weil ich hier ein paar Donuts mache. Ha! Haller, wie gewalttätig die heutzutage wieder sind. Ich hasse jetzt, wenn die Kamera so noch umgeht. Die Schlenkel hier absichtlich so links-rechts, ne? Erstens, weil wir dadurch mehr Schaden an der Karre bekommen. Dadurch erhöht sich die Geldstrafe schneller. Und dadurch... ...kreibt der Kumpel auch nichts an. Wenn ich jetzt Vollstoff gebe, also die Karre rausbeschleunige, dann ist der Typ hinter uns weg. Denn wenn man nur eine Flamme hat in der Verfolgung, jetzt seht ihr das oben links, in Rot. Oh, wir sind schon zu weit da. Jetzt kann ich verschleunigen. Okay. Alles klar. Okay, ich drehe mal um. Dann will ich uns nicht verlieren. Ich bin da sozial. Hallo, Leute! Nicht abkühlen! Pui! Ja, ich widersetze mich der Verhaftung. Ist okay. Kommt ihr mal bitte? Hallo! Das ist so dullihaft, ne? Ich brauche doch nur 2,5. Dann seid ihr mich doch los! Mann! So, Fahrnungsstufe 2. Okay. Ich glaube, Fahrnungsstufe 5 oder 6 ist das Höchste, ne? Ich kann mich auch aus dem Alpenmuss erinnern. Aus dem Alpenmuss. Sind die schon wieder weg? Jetzt ballern sie mir voll in die Karre, ne? Ja, natürlich! Okay! Aggressiv die hier in Amerika sind, ne? Das ist nicht mehr schön. So, 600 brauche ich noch, dann bin ich weg, ne? Könnt ihr mal bitte? Ich werde mal stehen. Komm mal drüber ran, das ist sehr schön. Ich wollte ja rechts... Ist okay. Ja! Ja! Baller mir rein in die Karre. Nein, Pui! Ich will nicht verhaftet werden. Pui! Krass, dass mir die Kamera so noch rumgeht. Da wird mir voll nervös. So, 200 brauche ich noch, Leute. Dann seid ihr mich los. Geht ihr mal bitte in eine Mauer crashen oder so absichtlich? So, Leute! Tschö mit euch! Wir sehen uns dann mal wieder, ne? Irgendwann. Da kommen ja noch mehr Scheiße. Okay, jetzt müssen wir wirklich flüchten, habe ich halt gemerkt, ne? So, da kommen wir es auf den Ringkriegen. Ah! Das war sogar eine schöne Kurve. Finde ich geil. Schleunen die mal heben wir mal raus. Schleunen die mal raus. Schleunen die mal raus. Schleunen die mal raus. Schleunen die mal raus. So, nice! Herr Outlaw? Haben Sie uns eine Nachricht geschrieben? Nein. Doch. Nein. 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 Okay. Karte. Ähm. One Spike. Hä? Okay Spike. Sag, wir sind gleich bei dir. So. Ähm. Speed. Racing. Mittel. Okay, kriegen wir noch hin. Komm, das schaffen wir in der Folge noch. Aua. Nein. Ich werde es jetzt nicht. Tore Supra. Nein. Sei ein feines Rädchen. So Spike, ich bin unterwegs. Ich hatte nur gerade eine kurze Auseinandersetzung mit so lieben Freunden. So. Wir sind ja schon da. Keine Frage. Ja. 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 Was ist die Töne uns denn gerade? Alexander. John. John Cena. Hahaha. Warum ist Spike Erster? Ich bin nicht sozial. Ich hab vielleicht nicht ganz sehr auf den Namen geguckt. Ich hab da noch eine Verfolgung am Hals. Ja. Geil. Genau so soll das sein. Ja. Herr Fassant. Danke. Okay. Man wird sich in die Karre gerade so komisch haben. Hört sich nicht gesund an. Ähm. Okay. Jeder fragt das immer einfach nicht, weil die Karre gerade so komisch klingt. Ich lass das einfach mal so stehen. Hahaha. Guck mal, klingt denn die Karre so komisch. Spike, geh mal bitte aus dem Weg mit deinem BMW. Oh. Shit 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 shit. Oh, runter bremsen. Aua. So klingt denn die Karre wirklich so komisch. Oder übertönt mich da irgendwas anderes gerade? Und mit der Aufnahme stimmt alles, oder? Haha. Ich hoffs mal. Mann. Macht mir grad ein bisschen Sorgen, warum die Karre gerade so komisch klingt. Egal. Lass uns einfach mal so stehen. Dann Spike, du bist nicht erster. Das akzeptiere ich nicht. So. Wollen wir mal raus zu beschleunigen. Wir haben eine lange gerade vor uns. Das finde ich geil. Hier ist wirklich Top Speed angesagt. Das sind wir mit dem Supra gut aufgestellt hier. Finde ich sehr geil. Wollen wir mit dem Supra und Doktor taktisch schneller sind, glaub ich, ne? Oh shit. Okay. Jetzt müssen wir mal ein Drift sind. Nein. Das macht keinen Drift. Okay. Okay. Ich würde nur einen kleinen Drift machen, man. Gut dann nicht. Ja. Travis komm schon. Du willst mir sagen, dass du nichts weißt? Auf wie viele Arten soll ich's denn sagen? Spike, du bist gerade im Rennen. Du kannst nicht telefonieren. Ich telefoniere auch. Es wären ja keine richtig guten super geheimen Untergrund Outlaw Typen, wenn sie jeder kennen würde, oder? Du hättest sie sehen sollen, Rob. Verrückt, man. Die Kops waren so drüber, die sind durchgeheizt und haben uns ignoriert. Dann habt ihr Glück gehabt. Komm zum Diner und chillt ne Runde. Menno sagte, er kommt da hin. Fassen wir uns da. Alles klar. Dann viel Spaß. Oh, du kommst nicht zu uns? Hab ne Reklamation von ein paar Felgen und will die Dinger nicht sehen. Macht's gut zusammen. Okay. Ich fahr jetzt rüber. Wir sehen uns da. Alles klar, Travis. Okay, du hast ne Reklamation von ein paar Felgen. Du bist der Outlaw, das weiß doch jeder schon. Mann, wenn du mit der Nummer anruft vom Outlaw. Er muss es sein. Er muss es einfach sein. Travis hat sonst keine andere Rolle in dem Spiel. Es muss Travis sein. Ah, war schon das Ziel. Achso. Erster, siehst du mal, easy. Souverän. Find ich geil. Oh, wenn der Supra komisch klingt. Vielleicht haben wir ihn schon zu Schrott gefahren. Das kann natürlich auch sein, dass die dann komisch klingen. Egal. Okay. Lassen wir das mal unkommentiert so so stehen. Ja, bitte. Wahnsinn, Mann, wow. Dieses Können. Magnus Walker, nimm dich in Acht. Woo. Ich fahr jetzt drüber zum Longhorn. Bis gleich. Ja, heute. In die Ernste. Leute, hör dir das an. Kann ich mal kurz die Lautstärke höher drehen? Nee, das klingt nicht, das klingt nicht normal. Ähm, okay. Ich würde mir zwischendurch auch noch mal kurz zur Werkstatt fahren und mal gucken, was das so ist. Und das nächste Mal fahren wir zu Robin, denn wir haben Robin-Quests lange nicht mehr gemacht. Leute, wir sehen uns das nächste Mal vor Robin ihrem Wohnwagen wieder. Und ich werde vielleicht auch mal den gezogenen Need for Speed Schrift sogar in den Hinterreifen nachholen. So, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, hoffentlich auch mit einem gut klingenden Supra. Ja, ähm, das hat mir eine Bewertung da und schreibt mir das. Das ist Komi. Rensig, ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.